Die Idee war jetzt in der MEB-Palette wirklich ein Auto aufzubauen, wo wir ein neues Licht generieren können, wo wir sagen, wir machen als Herausforderung wirklich mal ein menschliches Gesicht mit einem super Human Touch, wo wir auch eine Art Auge haben auf beiden Seiten, das wirklich auch Charakter zügert, die freundlich rüberkommen und halt eine neue Marke präsentieren und auch darstellen. Wir haben das Licht zum Leben erweckt, wir haben das dynamisiert, so dass man, wenn man sich an das Fahrzeug annähert, vom Fahrzeug begrüßt wird, auch später verabschiedet wird und wenn ein Scheinwerfer sozusagen die Augen öffnet oder dann auch der menschliche Aspekt sagt es, ich gucke den Fahrer an, dazu kommt, dann hoffen wir halt, dass der emotionale Funke da überspringt.